Innerhalb der ersten drei Monate konnten wir 45 neue Implantatpatienten verzeichnen und auf den Monat umgerechnet waren durchschnittlich mehr Umsatz, also Implantatleistung und die dazugehörige Technik von 40.000 Euro im Monat. Und man kann das wirklich gut gewissens sofort machen. Es macht eine unheimliche Freude, dass man auf das, was man gerne behandeln möchte, einen wesentlich besseren Zugriff hat. Ich bin Dr. Andreas Buschmann, Zahnarzt in Lübeck. Ich betreibe in meiner Heimatstadt eine Zahnarztpraxis mit praktiseigenem Labor. Die Ausgangssituation vor der Zusammenarbeit mit Leo McGuire war gezielter, die Patienten ansprechen zu können, die wir gerne auch behandeln wollen, mit den Techniken und Methoden, für die wir uns weiterqualifiziert oder überhaupt qualifiziert haben. Und mich hat das sehr angesprochen, als ich das von anderen Kollegen gesehen habe, diese Push-Up-Meldung, dass sie bestimmte Themen dort besetzen. Und ich fand das sehr überzeugend, im Rahmen von Video-Vorgesprächen über den Computer genau zu besprechen, was zu tun ist. Und es ließ sich sehr schnell erkennen, wie dynamisch und zielorientiert das wohl laufen wird. Wie gesagt, die Homepage hat es nicht ganz so gebracht. Die braucht man sicherlich auch, keine Frage. Aber die Dynamik und die Beweglichkeit hin zu einer bestimmten Zielgruppe, die man dann einfach nur abholt, das finde ich hier besonders interessant. Also die Zusammenarbeit mit Leo McGuire, das ist ein sehr nettes Entree in die Patientengewinnung, die wir anders so nicht haben können. Und im Effekt sind das ganz viele erfreuliche Neupatientenkontakte, die wir so nie gehabt hätten. Also das ist sehr positiv. Das hat mir besonders gefallen, dass man einen Plan hat, eine Struktur, an der man entlang geht. Und siehe da, nach einer kurzen Vorlaufzeit kommen dann die wünschenswerten Ergebnisse. Und das hat uns sehr zufriedengestellt. Die Frage ist ja immer, wie schnell oder ab wann refinanziert sich eine solche Maßnahme? Das habe ich mich auch gefragt. Ich kann wirklich in aller Offenheit und Vertraulichkeit mitteilen, dass es sich sofort refinanziert. Und man kann das wirklich gut gewissens sofort machen. Man muss nicht einfach denken, das Geld wird nicht eingespielt. Das ist vollkommen verkehrt. Das ist ganz das Gegenteil. Es macht eine unheimliche Freude, dass man auf das, was man gerne behandeln möchte, einen wesentlich besseren Zugriff hat.